also die letzten steinchen koppel hallo es ist so schön und jetzt steht auch die bridge was ist denn schön da geht das licht aus aber jetzt habe ich kein das sind das ja apple bäume das sind apple bäume ja und keine birken oder open open das open also eichen apple droppen werden was waren denn die anderen bäume die in dem wintergebiet ja fichte fichte das ist fichte jetzt pass mal auf ich glaube ja deinen deine crops auch noch zumindest zwei davon damit ich die also eins davon damit ich die an die kühe verfüttern kann ja super also nicht böse sein wenn er plötzlich was fehlt ich bin ich böse ja das ist doch schön so super her hier zack und zack und jetzt vögelt was das zeugel die inzestfamilie ist gewachsen wie viel level hast du ich habe eins level 1 ja ich habe noch nicht ein vieh getötet doch eine kuh eine kuh zwei kühe und das küken und das küken genau das war der schönste tot mord du bist so gemein jetzt pass mal auf was wollte ich denn hier ja was wollt ist denn da ja ich brauche doch nur deine werkbank mensch hallo das war jetzt tag drei oder tag vier sicher ich weiß es nicht ich pflanze noch ein bäumchen wie wärs denn damit direkt vor mein haus ne das noch nicht gut ne 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 Lass mal sehen Nein, diese ne, nicht gucken, das ist beinlich Oh Gott ist doch schön ja ja also ich bin dann 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 sieht das mehr so aus als wäre die da wirklich dran gebastelt und würde ich einfach nur irgendwo in der luft hängen willst du noch einen pfeiler drunter machen aber dafür ist eigentlich zu kurz für ein pfeiler aber vielleicht hier so so ein stützdings hier direkt hier vorne und wie ja und zwar machen wir das auch aus stein gemacht von der wand weg was was hier wo ich stehe ja genau da irgendwie war das verkehrt oder hier einfach so ja nee wenn dann von da unten wo du gerade warst hast du schon recht aber dann gehen wir das koppel doch wieder aus aber du hast ja die zukunft gedacht ja ich habe koppel aber nicht hier in der kiste er hat ja ja die ganze zeit und dann ist hier was und dann müssen die doch da hin oder ja es wird dunkel wir sollten pennen gehen wo ich erst mal so ein schnitzel so wie ist es denn damit jetzt kann man das wort lassen ja oder nee nee nein das sieht doch total für den arsch aus nee pass auf wir machen das morgen wir gehen das erst mal pennen dann hole ich den koppel von dir und dann machen wir das ich hole den koppel und dann zeige ich dir wie ich das gedacht habe ja okay okay zack zack wer ist er denn sieht aus wie ja pfeil ist in mir ich habe schon noch ein pfeil im koppel koppel also das hoch schlafe 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 ohne spinne und noch ein skelettor oh ein creeper oh 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 schnell pennen schnell pennen you may not rest now there are monsters nearby na super als ich kann jetzt nicht mehr rausgehen dass ein creeper vor mein haustür ich liege im bett solchen weg locken ach du scheiße nein 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 ich mache das schon ich mache das schon heppa heppa verdammt ich hätte mein bett mitnehmen können zu mir ja okay der schon mal hinüber aua komm drauf ja okay jetzt und der creeper darf mich noch nicht sehen alter nein 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 oh ja von meinem haus weg ich bin im bett gut ich auch aber wie komme ich jetzt aus meiner bude raus warte der ist recht von meiner haustür schau dir das bitte mal an ja warte erst mal die erfahrungspunkte die liegen lassen ist ja macht doch was du willst wo ist er denn weiß ich nicht es ist keiner hier vor deinem haus da ist immer noch da ist er doch wo denn da im fluss ach so macht den mal nicht ins hemd ja ich dachte der kommt hoch der sieht so traurig aus tut mir voll leid erfahrungsknödel erfahrungsknödel ja gonna catch them all so kobe 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 da ist ja noch einer creeper so mir reicht's jetzt jetzt machen wir jetzt ein steinschwert da ist kein creeper da was waren das das waren creeper nein ach gott ich dachte ich schaffte hast du noch erde hier 46 stück na also schreien dankeschön jetzt kommen wir dich um die brücke du stück bitte nein ja guck zu ja ok ich bin schon da ich sehe es schon ich muss erstmal die ganze scheiße weg machen die du gemacht hast bitte hoch hat gerade ein grafikpack ist ja eklig so jetzt machen wir das erstmal direkt das war nur provisorisch jawohl ich komm hier nicht hoch so ich habe wie folgt gedacht ja er dachte wie folgt ich dachte jetzt erstmal ich hau mir einen schnitzel rein ach so zack ich lasse jetzt mal das wasser noch hoch jetzt aber vielleicht kann man nicht das geht natürlich auch ja wie du das weg machen kannst du hier durchlatschen ja aber ich will da nicht durchlatschen ich will ja nicht dass irgendwelche penner unter meiner brücke pennen ja aber ich möchte was du möchtest da drunter pennen da könnte man ein Bett hinstehen ja also machen wir es so oder oder lassen wir es ganz nee lassen wir es jetzt einfach so ganz einfach dann mache ich da unten jetzt auch noch koppeln oh die eine Kuh ist schon erwechsen erwechsen ihr wechsen also quasi morgen jetzt hat man nämlich wenigstens einen Aufgang gut nicht schlecht ihr Kühe so ihr habt auch schön Vögel nee ich mache die Stufen jetzt doch weg hoch so die Stufen weg und zwar weil darum so jetzt mache ich hier unten dasselbe nochmal in grün in grün ja du weißt schon das sagt man noch so nee ich habe das noch nie gehört ähm du baust perpetrisch glaube ich äh ja ja gut das geht ja sowieso nicht symmetrisch bei der Brücke ne also ja genau ja passt schon passt schon passt schon lass dir nicht reinreden der hat doch keine Ahnung man kann es ja immer noch ändern genau Brümchen weg so dann sieht das schön aus genau oh was ist denn jetzt schon da äh mein ein paar meiner crops sind fertig von meinem Weed dein Weed mein Weed davon fütter ich jetzt ein paar Kühe ein paar Mumus ich suche immer gelbe Blümchen oh das sind welche so fürs Häusler tippitappi 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 so jetzt komm mal her ihr vögelwütigen oh das Unkraut wegmachen Unkraut vergeht nicht ne 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 deswegen bist du immer noch hier es ist einfach schön hier mein Baum wächst nicht na toll ja irgendwas muss man tun ja der kommt schon noch ja bestimmt ich werde es auch mal in das Haus mal abfackeln deins ja so äh hier vielleicht hallo was wollen denn sie denn bitte ich komm nur zu Besuch wollen sie Versicherungen verkaufen vertret ja schaust du echt so aus nein echt nein eigentlich nicht sieht ganz hübsch aus ja natürlich natürlich ich hör schon wieder Skeletor come with me bro aua aua ich dürfte jetzt wieder ein paar uah noch einer ich dürfte wieder ein paar Steckerle im Kopf haben einen in der Schulter alter ich schau wieder aus was wolltest denn du jetzt eigentlich schon wieder hier ich hab nur mal geguckt nur mal geguckt dann guck ich jetzt auch mal nur da hinten scheint ja noch weit zu sein alter ich will da unbedingt hin was da scheint nicht mehr weit zu sein ich hab gesagt hier oben bin ich guck mal nach oben wo auf die Bäume oh ich hab gedacht ich gucke mal dann guck ich einfach mal da ist der Hügel hä wie bist du denn da hochkommen was da Hügel sagt er das ist ein riesen Berg also für mich ist das ein Hügel ja naja da geht der Fluss lang also wir haben schon noch viel zu erkunden ne 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 das machen wir dann erst dann auch bald einmal ja erst mal die Versorgung ja natürlich also dem Brot dauert so lange ja ich weiß aber deswegen verfütter ich ja das Brot an die Kühe weil das geht ein bisschen schneller weißt du verstehst du ich esse kein Fleisch ich kann kein Fleisch essen dann gib mir die Steaks wieder die ich dir gegeben hab ne die esse ich noch auf ach komm mehr du ey hier hol es dir hey du hast Blümchen gepflanzt hey da ist ein Seed hm nicht schlecht nicht schlecht wir könnten doch auch das Feld verkleinern verkleinern vergrößern indem wir hier den das Wasser auf ein Wasser reduzieren naja komm ja ok passt schon so viel macht das noch nicht aus wir könnten hier hinten noch ein Feld hin machen zweites hier haben wir so viel Platz ja wir haben echt viel Platz ne ne müssen das noch ausnutzen ja machen wir das mal ich hole die Eimerchen müsste das reichen 1 2 3 4 1 2 3 4 so Eimerchen da seid ihr ja bitte wie zack zack aua ein Bucket voll Wasser weißt wie mein sauber so das sollte reichen alter übertreibs mal nicht doch wir brauchen Brot aber du sollst das nicht übertreiben ja aber aber wir brauchen Brot wir brauchen Brot aber du sollst das nicht übertreiben aber aber das erinnert mich wieder das erinnert mich wieder an ein Loch das ist im Eimer Karl Otto du kennst das Lied gar nicht oder doch ich kenne das Lied ok das haben das haben die Ärzte mal gesungen ja haben sie das in der Umbau in der Umbaupause stimmt ja siehste daher kenne ich das ah ja das war aber auch urkomisch mal ehrlich das war das einzige komische an dem Konzert ja stimmt das war das einzige komische an den Ärzten äh ich halte mich aus dieser Diskussion raus ja ich wollte mich eigentlich auch raushalten hab mich aber doch verführen lassen wie sieht man das so eine Steinhoe eine Ho ja eine Stonehoe Lododo ah ich sollt vielleicht ich sollt vielleicht was solltest du Seeds mitnehmen oh ich hab keine mehr ich hab alle dir vermacht ich glaub ich hab noch drei in meiner Kiste ich hab noch vier hoch mein Apple fix ne du hattest noch zwei in der Kiste H hin bitte jetzt die ne du hattest noch ja wir